Ist gerade etwas aufgegangen hast du das gehört? Ja das war der Aufzug. Direkt um! Morgen Jungs und Mädels Willkommen bei einer weiteren Runde SP Containment Breach. Start! Wir spielen eine Random Map. Es gibt noch keine neue Version. Immer noch die 1.04. Und das Tagesziel ist heute der Forest. Genau. Letztes Mal haben wir diesen... Also ist das Ziel, ob wir es schaffen, ist die andere Frage. Letztes Mal haben wir diesen Teddy gesehen. Aber wir leiden die Folge auch hoch, wenn ihr nicht in den Forest kommt. Echt? Da könnt ihr euch beruhigen. Ja, gleich zu Beginn mal, bevor die meisten das Video wegklicken. Und zwar, wie versprochen haben wir einen Livestream geplant für Ende August. Das wäre dann nächste Woche. Was haben wir gesagt? 30. Das sieht aus. Ja, den Samstag hätte ich dann mal so ein bisschen angepeilt. Nachmittag ist halt so 15, 16 oder sowas. Naja, 16. Ja, das können wir nochmal genauer ankündigen. Ja. Aber merkt sich halt zumindest schon mal vor. Es gibt dann wieder ein Link-Video. Und dann freuen wir uns auf euer zahlreiches Erscheinen. Yes. Genau im Plan haben wir noch nicht. Aber ich denke mal zum Warmwerden erstmal eine runde SCP, wie immer. Oh, guck mal, das geht ja richtig gut los. Ja. Und geht da mal bei einem da gleich dann... Es geht nicht so gut. Ja, aber geht mal da weiter. Weil das habe ich das jetzt auch gemacht. Da habe ich den Raum gefahren, habe ich zuerst gefreut. Aber dann habe ich ja die andere Kiecher gebraucht. Haben wir alles abgesucht. Und zuletzt war dann eben diese Richtung offen. Oder war es dann? You understand? Ja, aber das ist ja random. Deswegen heißt es, dass es heute wahrscheinlich nicht so ist. Ja, was ich noch sagen wollte. Wir können dann mal wieder probieren, ob Howling läuft. Ja. Film leicht fliehen wir uns. Ja. Beziehungsweise können wir das kurz vorher noch mal probieren. Damit wir dann beim Leistung wissen, ob es läuft oder nicht. Das wäre schon cool. Aber ich denke, wenn wir jetzt mehr Abonnenten haben, dann haben wir bestimmt noch eine gute Teilnahme. Dann kriegen wir die Leute bestimmt voll. Bei Howling. Beim Livestream bin ich hier. Das heißt, es kann nur einer von uns spielen. Dann wechseln wir halt das. Schauen wir mal. Mann, wo ist denn eine blöde Kacking Keycard? Das ist mal offen. Dann brauchen wir diesen normalen Anfangsraum, oder? Ja. Wo der SCP sein Anwesen treibt. Ich weiß mal. Was ist das? Das ist der SCP-Rigatrix dort im Schlüssel. Schauen wir mal. Alles offen. Aber du brauchst trotzdem eine Level-3-Keycard für die vordere Tür. Und dann die Schlüssel ist dann noch mal hinter der Tür mit einer Level-2-Keycard. Ja. Das ist total bescheuert. Da ist schon die nächste Zone. Das soll man mach. Bis es der Infinite ist. Einmal kann man durchlaufen. Ich bin mal hier irgendwas. Oh. Genau. Die brauchen wir. Genau. Da kam ich gerne. Ich habe eine Idee für unser 1.000 Abonnenten-Special. Wir gehen da einfach 1.000 Mal für jeden Abonnenten durch diese Tür durch. Gucken, was passiert. Das können wir machen. Das wäre doch eine Idee. Ne, da bin ich nicht hergekommen, oder? Ne, da warst du noch nicht. Geh halt weiter, oder? Ich will zu dem blöden, zu dem Raum mit der Glasscheibe. Ja, wir brauchen ja dann auch. Zumindest wenn man einen Vortrag mehr ist. Achso, ja. Ja. Ja gut, du kannst auch danach immer noch suchen, aber jetzt wurde schon mal da. Wüsstest du, dass du da bist und musst du dann nicht nochmal von vorne alles absuchen? Das kann ich mir nicht merken. Ja, deswegen, ja. Du hast alle Türen offen gelassen, oder? Ja, wo ich... Ja, so meistens. Also gut, dann kam ich hier wohl her. Nee, da kommst du nicht her. Da ist die Tür zu. Ja. Ja. Ja, da, warte da. Genau. Ja, da kommt vielleicht... Ja, der kommt vielleicht. Ja, der Lich-Seuss-East-Wing. Das geht keine... Ne, der ist jetzt im Regal, ja. Ja? Ja, ich weiß ja. Ist das noch keine? Oh. Es kommt! Arschloch. da 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 das war wirklich das waren wir ja das ist die karte spastische zukunft ja die dann sind die hier das ding aber nicht wie deine hand so gemacht hat ich habe dagegen gewirkt in die falsche richtung ja aber mann wo sind wir denn jetzt hier wo waren jetzt weiß ich nicht was du da wieder zusammenläuft bis dann fanden dann ist es hier Ja, da ist es geil. Yeah. Also noch. Macht den diese zwei. Ja, vor allem liegt der noch nicht mehr. Ach so, liegt gar keiner mehr an den Tauben. Ganz nah an die Wand, was dann passiert? Hat es nicht einer geschrieben in die Kommentare, wir sollen mal ganz nah an diese Glaswand gehen? Zu spät. Ich weiß nicht, irgendwas war da, glaube ich. Und jetzt suchen wir 914. Hast du da schon geradeaus durchgelaufen? Ja, ich bin irgendwann wieder umgekehrt, weil mein roter Raum kam. Ach so, aber kein. Ne, ich kann auch nochmal durchgehen. Ne, wenn der roter Raum kam. Ne, nein, schon so eine Schleuse halt. Ach so. Ah, okay, da bin ich aber nicht mehr. Von denen hast du ja Panche Angst. Ja, total. Halbtrangig. Please. So einer oder was? Ja, ja. Ich würde ja, dass er ein bisschen schlimm wird. Ja, dann finde ich es schlimmer. Ja, ja. Scheiße. Trotzdem würde ich jetzt nicht so meiden. Das ist ja nicht doch nur ein Spiel. Hallo, das war ein Mauspack. Hast du noch gesehen? Ne, ich habe nicht gesehen. Nein, da war ich doch. Hallo, Beweise, Beweise. Ab sofort gibt es eine Handcam. Statt Facecam. Das wäre echt was. Das können wir mal machen. 2000 Abonnenten Special Handcam. Ne, das war mal 1000 Abonnenten Special, wo ich dann 1000 Mal durch diese Tür gehe. Okay, machen wir dann einen Zeitraffer. Das kann man ja jetzt mit iOS 8 machen. Ich kann die Zeitraffer-Aufnahmen machen. Finde ich voll cool. Ah, okay. Und dann bringen wir dann zeitgleich eben auch die Handcam ein. Die können dann unter der Facecam so. Ich bin in 914. Es läuft, es läuft heute. Es läuft. Junge. Junge. Hat es genommen. Das war jetzt ein vertikaler Mauspack, oder? Siehst du? Ich kann es nicht mehr auflegen. Oh, jetzt geht es. Du musst es nur wollen. Absolut. Was ist denn irgendwas mit Special oder gesagt, oder? Abonnenten Special? Was? Er weiß Bescheid. Mach, komm, mach, verify. Doppelt oder nichts. Bye. Meine Güte. Es ist ja langweilig, wenn ich und du immer dasselbe machen. Ich muss ja ein bisschen was anderes machen. Es unterscheiden sich die Gameplay. Was halten denn die Zuschauer davon? Gameplay ist ja gar nicht. Also ich bin der Meinung, die Chance ist hier irgendwie größer. Aber, scheiße, ich habe... Nein. Super. Wirklich. Ich schmeiße rein, mach alles verify. Mitsamt der Playing-Card. Ich habe immer noch die hier. Ich mache die Playing-Card auch rein. Nein, 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 nein. Und verify. Nein. Pust, puust, puust. Ja. Ich bin der Frieden, ich habe Angst, dass die Karten kaputt gehen. Ah, siehste? Ja, super. Ich habe eine Level-3-Karte. Genau, die wollte ich. Warte, wir brauchen noch die Gas-Mass und den Neff-Neff. Ja, wobei, Navigator... Ja, machen. Oder nicht. Ja, ohne... Ohne... Braucht er zwar Batterie, aber zeigt dir halt, wo du noch nicht warst. Ach. Ach was, du willst, ey, komm. Nee, du hast doch... Leck mich im Arsch. Hast du nicht. Hey, warum bist du so gestresst? Komm mal runter. Ruhig, brauner. Okay, wir brauchen mehr refine. Ach, auf einmal mehr refine, oder was? Auf einmal geht's. Ich bin ausgerutscht. Ja, Morsebug. Morsebug. Vom Schalterumweg. So. Haben wir es jetzt. Setzen wir sie gleich auf. Strange Bottle. Nein. Das war ein komischer... Ja, genau. Wir saubern halt schon wieder so viel Mist. Ja, ist doch gut. Nur Kack im Kopf. Da kommen wir her, oder? Ist mir egal. Ist dir egal. Ja. Ah, da wollte ich hin. Schlüssel. Fuck. Fuck, yo. Was brauchen wir da für ein Level? 2 und 1 ist so klar, ne? Du brauchst mir mindestens von Level 3, um da reinzukommen. Und dann ist es mal in den Gang, oder? Und dann ist der Schlüssel, oder? Und dann ist der Schlüssel, oder? Und dann ist der Schlüssel, oder? So hast du es gesagt, ja. Das ist behindert. Wenn das Level hinter der Tür kleiner ist, dann kannst du dir das da schenken. Dann können sie gleich so einen roten Torbatton machen. Falls einer... Das ist so hirnverbrannt. Falls einer die Tür offen stehen lässt, oder? Ja. Ich habe ja keine Ahnung, wo das war, ne? Vielleicht war das nicht mal das, vielleicht war das das mit dem... Ach, nee, das ist jetzt... Nein, es gibt nur den mit dem Infinite, wo die normalen Torbuttons sind. Und dann... Das mit den SCPs... Mit den Keycards. Dann würde ich doch da gewesen sein. In den dritten Raum gibt es nicht. Also in der Richtung geht wieder alles in die andere Zone, und da ist es, glaube ich... Bitte, ist es das? Ja. Hier ist Johan. Ja. 860 ist es. 860. Aber es müsste nicht drin sein. Got it. Ich glaube, ich save. Ja, guck gleich mal hier... Wie dieses... Soll ich... Nee, wir haben erst mal meine Kinder. Nicht, dass wir schwanger werden, wenn wir es buchen. Das wäre so lustig. Pregnancy. Willst du mitnehmen, den Ring? Ach so, ich habe keinen Platz mehr. Dann haus die eine Batterie. Die Batterie und die beiden Cards kannst du... Die haue ich weg. Die haue ich weg. Die haue ich weg. So, haben wir wieder Platz. Haben wir Place gemacht. Verstehst du? Gut Englisch. Also. Äh, jetzt? Da hinterher, da war doch die Zone. Aber ich bin früher... Auf der Grundschule war mit einem krassen Kollegen, aber nach dem Tag sind wir alles ausgehauen. Und dann gehen wir zum Play Place, ne? Verstehst du? Der Spielplatz. Der Play Place. So wieder Hausmaster. Ja, jetzt habe ich erst mal. Left, right. Jetzt darf ich über die Straße gehen. Da gehen wir nicht rein, oder? Komm, kommst du? Gar nicht rein. Dann stimmst du mal Level 5, glaube ich. Ach, hier steht das. Eine Tür. Gehen wir runter. Da ist die Pille. Da ist die Pille. Okay. Ähm, wir können ja auch nächstes Mal bei dem Save Game ein weiter spielen, ne? Wo ich gespalten habe. Da würde ich jetzt nicht. Glaube ich, glaube ich nicht. Da musst du dann auf Escape machen und safen, glaube ich. Oh, ist der jetzt nicht random? Ja. Geil. Läuft bei uns. Aber ich glaube, dieser eine Raum, den wir suchen, der ist jetzt trotzdem immer noch am Rand irgendwo. Oder an der Ecke zumindest. Kommt von hinten, glaube ich. Kommt von hinten? Klar kommt der. Da ist der Raum. Da kann ich jetzt rein, oder? Nee, doch. Nimm rein, raus, tschüss. Alter, ist ja groß. Hä, ist das so groß? Das ist voll groß. Ist das die XXL-Mod? Nein. Was ist das eigentlich mit der? Ist die schon fertig? Hast du die nicht runtergeladen? Nö. Ist die schon fertig? Haben wir da noch wegen, meine ich. Achso, ja, die XXL-Mod vom Mark, die gibt es schon. Gut. Da habe ich. Keine Ahnung. Das war jetzt taktische Umflug. Ist er jetzt mal langsam weg? Jetzt kann ich mir gar nicht merken, wo der Raum war. Wer war denn der? Hinter uns jetzt. Auf 5 Uhr. Zack. Ja. Er ist weg. Hätte ich jetzt auch gesagt. Da grindet's halt echt, Mann. Was machen wir? Was machen wir? Ich würde jetzt erstmal so ein bisschen blinken. Kommen lassen? Kommen lassen. Ja, wie komme ich da hin? Hast du ihn kommen lassen? Ja. Ist es jetzt in der Richtung, oder? Ja. Ich glaube, nee, war da links, oder? Ja. Schön, jetzt müsst ihr vollkommen. Oh Mann, ich will da raus. Lass die scheiß Pille, ich gehe da raus. Nein, hol die Pille jetzt. Mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, welchen Aufzug ich nehmen muss. Dann geh noch eins rechts. Wow. Geht's links? Kannst du links gehen? Oder ist der Zug? Wow, oh mein Gott. Wir haben nicht mehr hingeguckt. Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Ich sag's dir. Eine Baggasse. Da kommt nix mehr. Was ist das für ein endloser Gang? Vielleicht wenn man rückwärts läuft, dann... Ganz ewig. Dann ist der Infinity, ja. Oh, oh, oh. Soll ich überhaupt so noch so laufen? Das ist ein bisschen... Das sind ja voll langen Gänge. Wenn dann aufzukommen, die verholt, ich sag's. Das ist auch nicht rein, das sind jetzt schon die ganzen Necken. Wo? Wo? Wo, verdammt? Behind you. Warte, 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 warte. Nein, 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 da ist das, da ist der Raum. Hey, ist das der Schwarze? Keine Ahnung. Ist grad was aufgegangen, hast du's gehört? Ja, das war der Aufzug. Durch rum. Habe ich die Pille jetzt, ja? Ja. Ja, komm, fahr hoch jetzt. Ja, das ist doch der Sound von dem Schwarzen, oder? Ja, das ist ein Bug. Meinst du? Ja. Vielleicht töten das. Der hat ziemlich... Guck mal. Durchreinatmen. Lauf! Junge. Ente, Ente, hilf mir. Um dein scheiß Leben. Oh, bitte lass das andere nicht kommen, Mann. Lass den anderen nicht kommen. Ist weg. Oh. Wuh. 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 Gut. Wuh. Wuh. Jetzt bin ich voll verwirrt. Navigate. Wieso hast du den schmutzigen Zettel überhaupt nicht genommen? Keine Ahnung. So reflexartig. So. Schau mal mal. Ja. Da. Lass mal da langschauen. Oder? Ja, da warst du ja schon, ne? Ja stimmt, danach der Raum, da war ich, ne? Überall schon? Ja stimmt, da gibt's ja nur den Karausweg. Na gut, dann müssen wir. Da gibt's. Ja, gehen wir da lang. Ja. Das ist gar nicht schwarz. Safe. Soby Tunnel. Ja. Kann man machen. Weil ich mir einiges zugemutet. Für die High-Rest Textures. Hast du was gemoddet? Ja, ich hab da die X11 eingebaut. Immer ganz nebenbei so. Also du musst jetzt beide Schalter da umlegen, ne? Einmal... Puh, putzk, putzk, putzk. Da auch was? Nein, auf der anderen Seite nur. Puh, putzk, putzk, putzk. aber er kann aufzug fahren ja aber du hast jetzt erstmal minimal versprung jetzt bist aber jetzt kannst du mal hier eine krankheit soll ich mal jetzt selbst dann können wir nächstes mal mit dem schlüssel weiterspielen genau die pille schlüssel immer von vorne anfangen ist immer das gleiche zu die karte klar wenn du nicht weiterspiegelt sie kann sie auch dann bei meinem nächsten da habe ich nicht gespeichert du hast nur dort gemacht das kipp gemacht hast dort gemacht oder das war vor zehn minuten er hat doch safe und mitgemacht hast du tja verkackt leute hoffentlich war es das wert sage ich mal doch gespeichert oder war eine schöne episode bis jetzt dann spielst du an demnächst weiter ja das war das wo ich mit f5 gespeichert habe ja also tut es doch das war es das ja dann hast du gar nicht beendet oder wir waren schon ich bin mir sicherlich ist safe gedrückt haben wir sind sie dann im recording ja gut es war nicht alles umsonst wir können nächstes mal an diesem spiel stand weitermachen damals mindestens schlüssel und den schlüssel ja ich weiß nicht was den hinzufügen soll vergessen zu speichern oder das ist einfach komplett weg und spielt bis zum bitteren ende ja aber das ist echt langweilig jedes mal machen wir dasselbe finde das langweilig 80 episoden lang habe uns deshalb abonniert weil wir es langweilig findet jetzt gibt es immer es gibt es gibt es immer schon nicht unsere kompletten episoden an welcher schaut jetzt noch was wieder oder schatten kommentar wenn ihr wenn ihr jetzt nach schaut wahrscheinlich ist es so wie beim porno gucken welche teile von dem porno geguckt werden das ist die die ersten zehn sekunden dann so so auf dreiviertel ungefähr noch mal so so 30 sekunden dann ist ende und zwischendrin schaut niemand genau das ist von unseren videos wahrscheinlich schauen wir anfangen dann mittendrin so ein paar sekündchen und dann bis ende und dann sagen sie ja sie haben das ganze hier gesehen unsere videos sind auch nicht jugendfreund ja doch schon größtenteils würde sagen fachschicht selbst wenig vagina ja genau der live stream nicht vergessen ja genau da irgendwo in der beschreibung und was würde ich noch sagen ja wir spielen noch das 590 freddys das hier vorgeschlagen und zwar ja heavy requested von zwei leuten ja schauen ob es das ist genau also schaltet wieder ein bleibt geschmeidig bis zum nächsten mal tschüss